1128 bis 1600 1128 als Jahr der ersten urkundlichen Erwähnung der Stadt Graz ist historisch umstritten. Nicht jedoch die Stadtwerdung im 12. Jahrhundert mit einem Markt, Gerichtsbarkeit und zunehmender Befestigung. Für die Landesfürsten wird die geografische Lage aus wirtschaftlichen und strategischen Gründen zunehmend interessant. Graz wird zur Residenzstadt des Herzogstums Steiermark bzw. von Innerösterreich. Parallel zu dieser Aufwertung entwickelt sich im Mittelalter aus den Gewerbetreibenden heraus eine selbstbewusste bürgerliche Schicht. Florierende Zeiten, kriegerische Auseinandersetzungen und wirtschaftliche Krisen prägen die wachsende Stadt. Auch der zwischen Toleranz und Härte wechselnde Umgang mit religiöser Vielfalt. Die Juden werden unter Drängen des Bürgertums Ende des 15. Jahrhunderts vertrieben. Die um 1550 weitgehend protestantische Bürgerschaft wird... 1600 bis 1809 Die Zeit der Gegenreformation schlägt sich in Graz mit neu entstehenden Klöstern, Kirchen und barocker Kunst nieder. Im Bereich der Bildung wirken die Jesuiten besonders stark. Die kulturellen Neuerungen gehen mit einem politischen Bedeutungsverlust der Stadt einher. 1619 zieht der zum Kaiser Ferdinand II. gegrönte Erzherzog mit dem Hof nach Wien und Graz verliert seine Rolle als Residenzstadt. 1782 wird die Stadt unter Josef II. zur offenen Stadt erklärt und die Befestigungsanlagen werden nicht weiter erneuert. Wenige Jahrzehnte später kommen mit dem französischen Heer auch die Ideen der französischen Revolution nach Graz und werden vom Bürgertum interessiert aufgenommen. Die letzte Besetzung durch das französische Heer 1809 ist jedoch kriegerischer Natur und hat verheerende Folgen. Der Sieg der napoleonischen Truppen über Österreich hat die Schleifung der mächtigen Schlossbergfestung zufolge, die das Stadtbild über 300 Jahre lang geprägt hat. 1809 bis 1914 Der Verlust der Festung zu Beginn des 19. Jahrhunderts ist nur der Anfang rascher Veränderungsprozesse. Die Industrialisierung und explodierende Bevölkerungszahlen führen zu einem sich ändernden Stadtbild. Neu entstandene große Betriebe ziehen Menschen in die Stadt, die Arbeiterklasse entsteht. Die Veränderungen betreffen auch das soziale Gefüge. In verschiedenen Bevölkerungsschichten streben Frauen nach mehr Selbst- und Mitbestimmung. Das Bürgertum befindet sich zwischen Begeisterung für technische Innovationen sowie Industrialisierungsprozesse einerseits, Nostalgie und Angst vor Veränderungen andererseits. Wiedermeierliche Idylle und Modernisierung stehen einander gegenüber. Kulturell und auch politisch zunehmend spürbar wird die deutschnationale Gesinnung in der deutschersten Stadt der Monarchie. 1914 bis 1945 Der Erste Weltkrieg und die Nachkriegszeit sind in Graz von Lebensmittelknappheit und sozialer Not geprägt. Die neu gegründete Republik Österreich und die Demokratie bringen keine politische Stabilisierung. Die geopolitische Neuordnung hat für die Steiermark den über alle Parteigrenzen hinweg beklagten Wegfall der Untersteiermark mit sich gebracht und verstärkt das Gefühl der Krise. Das Graz der Ersten Republik ist einerseits von Sozialreformen geprägt, andererseits fungiert es auch als Wiege des Nationalsozialismus. Die Aktivitäten der illegalen Nazis während der Ständestaat-Diktatur führen zum von Hitler verliehenen Titel Stadt der Volkserhebung. Zwischen den Begeisterungsstürmen der Grazer und Grazerinnen bei Hitlers Rede am 3. April 1938 in der Weizer Fagonfabrik und der zerbombten Stadt liegen nur sieben Jahre. Die Aufarbeitung der Verbrechen im Nationalsozialismus sowie die Übernahme der Verantwortung der Ermordeten und Vertriebenen zu gedenken, halten hingegen bis heute an. 1945 bis 2003 Nach dem Zweiten Weltkrieg ist Graz zunächst von russischen Truppen besetzt. und schließlich Teil der britischen Besatzungszone. Die Stadtbevölkerung steht vor den Trümmern des Krieges, Entnazifizierungsprozessen und den Herausforderungen des Wiederaufbaus. In den folgenden Jahrzehnten muss sich die Öffentlichkeit mit der nationalsozialistischen Vergangenheit auseinandersetzen. Vehement wird dies seit den 1980er Jahren im Rahmen von Kunstprojekten eingefordert. Der Weg von der Stadt der Volkserhebung zur Stadt der Menschenrechte 2001 vollzieht sich nicht geradlinig und kann bis heute nicht als abgeschlossen gelten. Sozialpolitische Themen wie die Gleichberechtigung der Frau, die Rechte von Homosexuellen, der Umgang mit kultureller Vielfalt in der Stadt und Toleranz prägen die Zeit von 1945 bis heute. Auch Stadtplanung, Wohnbau und Verkehr sind wichtige Themen. 2003 bildet einen Höhepunkt in der jüngeren Geschichte. Graz wird zur Kulturhauptstadt Europas ernannt. Und da werden die Zcitab, die Zitab, die Zitag und die Zitag und die Zitag, die Zitag und die Zitag insbesondere rechts mit den Zitag und die Zitag immer wieder zurückzuschauen. Das ist die Zitag. Vielen Dank.